Oh hallo hier bin ich mal wieder und ich gehe jetzt mal hier die Leiter hoch und dann gucke ich mal was da so abgeht. So hier den Schubs ich vielleicht runter. Brauche ich keine Munition zu verballern. So ein Opfer und zerpiss dich. Ey ich glaube es bohnt. Dreißig sind das von hinten zu kommen. Voll der der Gay. Der Schwuchtel. So. Weg. Schlauer als mir. So jetzt komme ich mal ein bisschen auf einer. Nicht einmal habe ich mir Zeit gespart weil die anderen eh noch müssen brauchen. Okay. So. Dann geht das mal weiter. Der stand da war noch nicht. So unrealistisch. So. Was soll ich denn jetzt hier machen? Moment. Ich muss erstmal nach rechts. Habe ich die jetzt einzeln abknallt? Das ist total verschwenden. Ja der Fingert. Ah okay. Da habe ich noch die Autos. Ah. Ja. Das sind meine. Da sind die da. Okay. Die sind auch noch tot. So. Protect. Beschützen. Was ist denn das jetzt? Das ist doch scheiße. Da kann ich jetzt nicht irgendwie so dumm. Also Auto kann ich nochmal drücken. Auto mache ich putt putt. Okay. Auto ist putt putt. Und jetzt schieße ich in die Mitte oder soll ich es einzeln nehmen? Und hier kann ich nochmal mit äh. Soll ich? Ja komm. Scheiß drauf. Du. Du. Sie müssen uns tot sein oder? Okay. Aber der ist richtig weggeflogen. Okay. Da lauft noch einer. Schießt Jammer los rein. Okay. Mann, hör auf meine Leute abzuballern. Idiot. Wie jetzt? Da lebt noch weiter. Ich glaube es ist Bonn. Äh. Wie jetzt? Da rein oder was? Okay. Das machen wir jetzt mal. Okay. Halt die Dach in der Hand. Soll ich reinschießen oder wie? Ja. Das ist ja eine Missvorstellung. Hallo, meine Leute. Dude. Nicht den eigenen Mann töten. Nein, nein. So. Da kommen sie. Geht's hier weiter? Ich habe mich. Au. Au. Das tut weh. Das tut weh. Mann, du Assi. Schubst mich nicht weg. Ich habe dir geil gemacht. Ah. Okay. Ernst. Fragenbund. Jetzt geht's mal weiter. Ja. Hm. Toch. War das nicht irgendwie sein Freund? Sein Freund gewesen? Warum wollte der denn unbedingt killen? Hm. Nicht komisch. So. Bewegt eure Arsche. Tun wir. Tun wir mal. 2 Grad. War tief. Görpte. He East espellen nur... Ehm. Jetzt geht es auch noch auf Zeitrufe. Ich habe keinen Bock auf Zeitrufe. Das geht gar nicht. Das ist... Ich will jetzt grad wieder extrem an meine Arbeiten. Ich habe keinen Bock da drauf. Jetzt. Ohne告. Da räumt sich jemandem oben. Gut. So. Was haben wir denn noch so? So, jetzt, jetzt seid ihr tot. Alter. Auf mich zu ballern, du Arsch. Vielleicht hast du keine Beine mehr, ist auch gut, ne? So, tot, tot. Ist noch einer irgendwo? Ja, den kriege ich. Den kriege ich. Hab ich ihn? Ich weiß nicht. Hab ich ihn? Krieg... Ja, nicht davon. Ja, egal. Doch. Cool. Das ist echt cool. Na? Ne. Ja, klar. 20 Leute auf einmal. Was ist ab hier? So. Man, oh man, oh man, oh man, was geht denn jetzt hier ab? Ja, ich bin ein, oh man. Ich bin ein, oh man, oh man, oh man. Ich bin ein, oh man, oh man. Ich bin ein, oh man. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ähm. Ähm. Erst wenn ich gemerkt habe, ich habe auf meinem, vieles Mal noch meinen Xbox Live Account. Ähm. Namen habe ich jetzt noch hinzugefügt. Wem es interessiert, ihr könnt mich natürlich auch atmen, wie ihr möchtet. Das ist euch überlassen. Ja, ja. Ähm. Jo. Wie ihr das wollt. Ja, ja. Auf Kremmer noch. Auf Kremmer. Ja. Ja. Ich bin langsam echt auf dem Sack. Ja. Ja, ich bin langsam echt auf! Ja, wir sind ja erst�면 1996 Konstanz. Ja, wir wären ja schon als Kremmer zurück. Dann liegt da! Ja, wir sind jetzt hier. Und dann liegt da! Und dann liegt da! Ja, und dann liegt das! Wah! Ja. Ja. Das ist死 speaker. Scheiße, ich habe noch anderthalb Minuten Zeit. Das ist ja eigentlich schlecht. Ganz schlecht. Ob nicht kriege ich das noch in den Part rein, aber gut. Bitte halt mal ein bisschen länger. Kann ich nichts für. Komm da keine mehr? Doch, stimmt. Natürlich kann ich nicht. Was gibt noch Erwartungen? Das gibt es nicht. Alter, was geht ab? Kommt es vor, als würde ich halb China töten, ey. Viel zu viele Leute. Ja, klopp. So, jetzt habe ich noch ganz wenig Zeit. Das ist jetzt doof. Wo muss ich denn hin? Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Wenig Zeit. Was ist hier? Wand? Hä? Ich checke es nicht. Was muss ich machen? Verdammt. Mama, ich habe Hilfe. Hilf mir bitte. Muss ich hier hinten dran, oder wie? Also, die Zeit ist mal weg. Das finde ich ja schon mal gut. Ach, plantiere das C4. Warum steht das nicht gleich da? Doch schwachsinnig. Okay, ich gehe mal ein bisschen weg. Ja, bleibt ihr nur stehen, genau. Genau. Ist er bei so einem Felsbrocken weggeflogen? So, wo muss ich denn das jetzt stoppen? Das war doch die Rakete, oder so. Wie ziehst du das? Was bist denn du für einer? Du bist auch zu doof. Plan B, Bowman. Set es auf. Das wird es tun. Oh Gott. Vielleicht habe ich es echt irgendwie... Der sprach. Was? Was? Wie? Nein! Ah! Okay. Ja, ich schieße. Gut, kann ich das steuern, oder wie? Das ist ja auch gut. Stoom. Äh. Soll ich mich ab jetzt auch? Verflammlung. Ne, ich glaube es nicht. Äh. Uh. Rakete kaputt. Ja. Und weiter. Wie geht das jetzt weiter? So. Äh, die Wissenschaft hat sich sagt nein. So. Folgen. Ich würde dir gerne folgen. Ich bekomme jetzt so ein bisschen nach dem Motten, oder so. Oh mein Gott, Alter. Wer weiß denn da so viele Leute hier sehen? Was ist das? Genau hier. Wie lange da rauskommt. Und jetzt hier. Einige Quellen. Voll der Insider hier. So. Es gibt bestimmt eine Stolz. Hm. So. Sagt mal. Ist das eine Fläche oder eine Rauchkraft? Eigentlich weiß ich das ja überhaupt nicht. Soll es mich ab. Aber das doch erstmal jemand sterben ist. Ist das... Mann. Ich stehe in der Zeit rum. Ich hab nur 15. Ich hab nur 15 Vollhorst. Wie weit bin ich denn jetzt? 10. 10. 10. 10 Minuten. Ja. Fick dich. Weg. Tod. 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 So. Double Kill. Yeah. Mann. Ich seh die nicht. Aber die sind auch zu doof zum Ballern, ne? So. Ist was. Machen. Leute. Ich muss mal weiter. Ist gut jetzt. Ich mach's jetzt mal ganz böse. Ich muss aber tot sein. Keine Ahnung was kann es sein. Wie der, der lebt noch. Das geht nicht. Jetzt aber tot. Das glaube ich nicht. Ja, ist tot. Okay. So oder rechts. Vielleicht so. Rechts oder links. Mann. Vielleicht hab ich es echt mit der Aussprache. Das geht nicht. Sii existent. St oppose. St oppose. St oppose. St oppose. Im Leben. Mann. Mann. Du musst die scharren. Du musst die Scharren. Wom chest die Cober. Er ist unter. Man, ihr seid solche Kehlklauer. Schlimmer, wenn ich online spiele. Eine kurze Pause der Ruhe. Ihr seid gemein, ihr stört meine Ruhe-Pause. Ok, jetzt sieht man das hier draus. Ein wilder. Wie viele Leute sind denn das noch? Ich habe kaum noch zu übercycling für Menschen. So schnell. Wie schaffe ich das noch? Drei Minuten sind ja nicht so ewig lang. So, der ist tot. Einer weniger. Im Atmos ist das ganz gut, glaube ich. Ja, ok, beide. Ah, ok. War irgendwie voll unrealistisch, aber... Das würde ich mal machen. Pahnen? Wist du im Atmosphal? Ja. No, nie zu representatives. Ja, ich halte dich. Wereshtel. Wershtel, wershtel, wershtel. yield. Alter, verdammt nochmal, kauf dir ein Reallife! Kriegssetzung ist auch noch klar, weiß nicht, stimmt. Haha, irgendwie einer. So. Damit bin ich echt irgendwie total vertreib, ich weiß nicht was ich bin. Aber sei es, dass man da hergestellt ist, das ist sehr egal. Normalerweise... Oh Mann, das kann doch nicht sein, die gehen immer weiter, ich knall sie ab, aber nö. Es kommen überall nur wieder recht, das ist doch scheiße. Es gibt ja so Spiele, da muss man teilweise sterben, wenn man sollte zum Beispiel eine fette Überschrift überstehen. Bis wir sterben. Oder bitte sterben lassen. Sonst geht es in der Story nicht weiter. Sonst geht es nicht weiter. Aber was war das jetzt? Alter. So. Die Menschen hier könnten mir ja auch mal helfen. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich doch wieder einen Schritt machen, weil ich es nicht ganz schlafen kann. Okay, wisst ihr was? Ich mach dir jetzt einfach mal einen Schritt. Man sieht sich im nächsten Part.